Links im Bild Mick Jagger als zwölfjähriges Greenhorn. Nicht mit den Rolling Stones war Michael Philip Jagger erstmals im TV zu sehen, sondern zusammen mit seinem Vater, einem Turnprofessor, im Sport-ABC des englischen Fernsehens. Während Elvis Presley von Hound Dog und Heartbreak Hotel sang, demonstrierte Little Mick richtiges Kraxeln. Eine nette Kuriosität aus dem Archiv. Good footholds here, not much for the hens though.